So, da bin ich wieder. Oh Mann, ich habe definitiv heute extrem gut getrunken. Die Sahara ist wieder feucht geworden. Wen sehe ich denn da? Shani, mein Herzblatt, wie geht es dir? Ich werde einen Tröster schon für dich rauswerfen. Wie geht es dir, meine Liebe? Ja gut, dann gehen die... Jo, geht, geht. So. Muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen hier? Oh, Entschuldigung. Schatz, bist du gerade mit Igelchen am Knuteln? Gegen Shiva haben wir jetzt wieder verloren. Das ist cool. Langsam habe ich den Dreh raus. Mit mal gewinnen, mal nicht gewinnen. Oh nein, ich schon wieder. Ja, ja, das passiert auch wieder. Ach, toll. So eine Mist. Ja, das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören, Shani. Das freut mich zu hören. Ist er denn derzeit bei dir? Hä? Nein, bin ich nicht. Ich bin am Lesen. Ah, okay. Ah, ja, 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 cool. Ähm, wieso sehe ich gerade nichts? Hallo? Achso, ja stimmt ja, das war ja die Sequenz. So die ganze Zeit? Cool. Wie häufig hat er sein Auto geputzt? Pff. Naja, warum nicht, ne? Bietet sich sehr an. Keinmal? Okay. Welch ein Wunder. Ja, vor allem, weil wir sie gerade nochmal machen müssen. Blöde Klettern. Oh, zieh dich hoch da. Jetzt wirst du gleich laufen. Ja, das ist cool. Das ist cool. Erinnert mich an diese knapp zwei Wochen schönen, schönen Urlaub. Wie ich hatte. Oh ja, die waren super schön. Ja. Ja, die waren wirklich super schön. Ich habe mich an. Da schreckt man dann gerne in Erinnerung. Ja, ich lebe. Was für ein Scheiß. Ich weiß. Nein, er hat überlebt. Und ich weiß, manche wünschen mir den Tod. Oh. 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 die Eier gegangen. Ja, werft man hier oben drauf. Da soll es mich nicht stören. Und weg. Der ging auch schon wieder in Richtung Eier. Ich habe eindeutig zu viel John Wick 3 geguckt, ey. Klar, man schießt auf das Benzin und da passiert nichts. Uppala. Ich habe nichts gesagt. Klar, man schießt den Helm weg und nichts passiert bei denen, ne? Ja, das war es schon wieder. Ich weiß, ich kann nichts dran ändern. Ich weiß nicht, wieso. Blöd Arsch. Ich will das andere haben. Danke. Betsy schießt sich leer. Upp. Eivin haben wir denn da? Und ne volle Betsy. Dankeschön für das Geschenk. Wiedersehen macht Freude. Uh, weg. Weg, 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 weg. Ach komm, jetzt brichst du zusammen? Dein Ernst? Ja, da will ich ja auch hin. Wir machen die göttliche Rolle ein bisschen, bisschen schneller. Nee, du hast ja auch kaum was an. Ja, da will ich ja auch hin. Ja, da will ich ja auch hin. Ja, da will ich ja auch hin. Ja. Frostbeulen? Definitiv. Ja, sonst was wie der DVD. Gut. Gut zu wesen, Johnny. Hey, ich will die Klinge auf deinem Rücken haben. Aber Max, du kannst ja auch aussetzen, wenn du solche Schmerzen hast. Nein, nein, nein. Das reicht. Ja. Ordentlicher Schnaps, ne? Bringt Haare auf den Rücken. Tut mir leid, ich versteh nicht. Was? Ja, lang, ja lang. Danke. Oh, sitzer, aber wie kritisch dir hilft, dass dich wirklich. Haha, max, soweit. Ja, der drücke ist jedem Johann Graub. Weil sie mir So fällt mir jetzt gerade der Name William Defoe ein. Wille, 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 Walle, Walle. Der 19. Krass. Mach mal Glückwunsch, Nachträgle. Chabattabrot? Oder was will der von mir? Ich will seine Klinge auf dem Rücken haben. Zwergennase konnte mich tatsächlich aufhalten. Krass. Kratzen. Kratzen und was trinken. So, ich glaube, die bekommst du nicht. Ah, das ist blöd. Ich will die haben. Okay, hier will er nicht mit mir rein. Würde die auch schneller gehen. Ich will die Klinge haben, die sieht geil aus. Hey Kinder, ich kann euch sehen. Naja, sagen wir mal so, ich möchte die Klinge haben. Weißt du, wie die am sabbern hier war, Shani? Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur, nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schäfer gut, Disha. Ja, ja, nia gott sie song. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut, gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Trank. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Tibet. Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... Haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nein, Elena. Mir reicht's. Schluss jetzt. Ich spiel nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamalan und Gengis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wäre dann aus dem Land, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazariewicz wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena Korn. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Nö. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Nö. Habe gerade nicht die beste Laune. Was musst du raus? Wieso hast du nicht die beste Laune? Wir kommen jetzt endlich an den Punkt, wo wir endlich Schatz suchen können. Ich bezweifle es. Parle-vous, Frosé? Oh, ey. Ich will die Klinge haben. Wozu brauchst du das? Äh, hau nicht ab. Gib mich Messer. Gib mich Messer. Äh, hau nicht ab. Hau nicht ab. Ich will das Buttermesser haben. Aha. Aha. Ich habe was gefunden. Oh, oh. Schatz, du wirst direkt herausgefordert. Oh. Oh. Was hast du da? Unser Deep Heart Drain. Das ist schlecht, Schatz. Das ist schlecht. Oh, oh, oh. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Oh, fliegt. Oh. 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 Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Da. Bin ich zu schon. Da wurde schon nie platt gemacht. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hab ich ein Schwein. Hab ich ein Schwein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und jetzt hörst du's knacksen. Das ähnelt doch schon mehr so nach Schatz. Oh, oh. Megeta da. Oh, wölfchen. Die Wiese waren hübscher Ah, die wollen doch knuddeln Jep, boah, meine Fressenreise, er hat mir Glück als verstanden Ja, wir wollen dem Wölfchen hinterher, der will knuddeln Oh, Kuppenkuschel Ich würde dort nicht stehen bleiben Er wurde rausgelutscht War Glückchen hier? Ich sag mir, ich würde dort nicht stehen bleiben Aber nein, auf mich hört man ja nicht Nee, waren nur vier Glaub ich Drei oder vier Ich glaube, ich habe das Türchen aufgelassen Ich muss gleich mal nachgucken gehen Tenzin, los Okay, ich helfe dir hoch Was? Ja, ich kann leider immer noch nicht Ich zuerst, was? Okay Kerbrus hat schon wieder gewonnen Wobei habe ich den Oh Jetzt so eingestellt wie Shiva Und testen Das funktioniert bei dem gar nicht Naja, es ist ja auch Kerbrus, ne Oh Mann, Junge Junge Mach keinen Scheiß Soll er ja auch nicht, ne Man soll da schon so ein bisschen was zu kämpfen haben Bei dem Guten Der war ja heute nicht so gerade spielfreudig Oh, oh Oh Ich glaube, er ist runtergefallen Komm, wir machen es nochmal Weil er so ein Arsch ist Von daher Liebe Leute Ich mache für heute Feierabend Abend war wieder lang Abend war wieder schön Vielen, vielen Dank an alle, die im Chat da waren Ihr wart wieder mega klasse geil drauf Vielen, vielen lieben Dank Und dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr Ich bin raus für heute Ciao, tschü und bye, bye Ciao, tschü und 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 tschü